so weiter geht es heute mit den korps mit dem laser natürlich nein ich möchte keinen 30 kilometer event fahren haben wir noch hier also wir haben noch mehrere die dinge erfahren müssen jetzt das ding durch hier ergänzt wir sollen nur unter die ersten drei kommen das ist erst mal das allerwichtigste na gut guck mal ok wichtig ist das Ja gut, da hat er gedacht, wir müssen es nur überleben. Ich glaube, wir benötigen eine Straßenstämme. Ich ziehe vor eurer Position einheitsloser. Behalten eure Gute bei. Alle Einheiten, Straßlichkehörer bereit. Erwarnenbereite Ratten. Tschüss. Wir haben momentan noch mal Zweiter. Aber wie wichtig ist, dass wir uns mal A das Rennball leben. Die Position ist ab jetzt in dem Moment bei drei Leuten hin und zwei kranklich. Klar wollen wir das Ding gewinnen. Das ist mein Ziel, aber... Schauen wir doch mal. Erstmal der Auto hier ein bisschen wegdrückt, damit ich hier ein bisschen vorbei komme. So, 5,100 Kilometer, ne? Aber voll die Lücke getroffen! Der ist immer noch auf der Flur. Ich konnte nicht mehr wegziehen, weil die mir genau in dem Moment... Weil genau in dem Moment mit dem Gegenverfahren gegeben. Wir müssen das hier jetzt behelden. Fächert euch auf und haltet euch bereit für den Zugriff. Verfolgung ist unser Winkel. So, aber hör mal auf mit dem Scheiß-Geramme, ey! Wir haben Einheiten, auf einem Anstieg den Rettungsdienst. So, wenn die Leute da vorne ein bisschen geklemmt sind, das wird sich egal. Klatsch! Da hab ich die verliert, aber ich den Bied von mir. Der genau in dem Moment zugebracht. Die Karte sagt, einsatzbereit. Die Karte sagt, einsatzbereit. Die Karte richtet jede Menge Schaden an. Dankeschön, mein Freund. Ich brauche den Rettungsdienst. Checker in Abschlussbarkeit. Etwa 50 Kilometer, klar. Zentrale Garten und Genehmigung für ESP-Einsatz. Okay, der Helikop 609 für euch. Die Gartenautik geht vorbei auf. Roger, auf der Wolkungsanleiter dahinter sein. Der Dichtige hat versucht, mich vor der Straße zu drängen. Du hast mich angegriffen, du Idiot. Straßensperren in 57, alle zu rücken. Der Dichtige hat das Fahrrad in 58, den Tagessag und den Tagessag. Das ist auch das Fahrrad in 53, der Dichtige hat den Tagessag. Der Dichtige hat den Tagessag. Oh, geht ihr mir nochmal auf den Nisse? Das Traurige ist, dass die mich jetzt gerade angreifen. Ja, der erste vorne, der ist weg. Der hat wahrscheinlich ein bisschen Ruhe, aber wir haben noch ein bisschen Leben. Gute 3 Kilometer, wir haben noch 7 Sekunden Rückstand. Gute 3 Kilometer, wir haben noch ein bisschen Ruhe, aber wir haben noch ein bisschen Ruhe. Gute 3 Kilometer, wir haben noch ein bisschen Ruhe. Gute 3 Kilometer, wir haben ihn gerade verloren. Gute 3 Kilometer, wir haben noch ein bisschen Ruhe. Ja, zweiter. Aber das ist das Wichtigste, dass wir die Aufgabe gelöst haben. Schade, der hätte ich gerne noch ein bisschen mitgenommen, den Typen. Aber der war nicht zu machen. Aber egal, scheiß drauf. Ich habe doch die Aufgabe jetzt gelöst. Das ist erstmal das Wichtigste. Aufgabe gelöst. Nächste Rennen. Dann sind wir da auch durch. Ich gucke gerade aber noch irgendwo ein Rennen haben, was ich jetzt... Womit ich jetzt noch ein bisschen drum herum komme. Ich befürchte aber nicht. Das sind nämlich genau diese zwei Rennen, die ich eigentlich gerne lassen würde noch. Aber ich glaube, wir müssen es irgendwie heute reißen. Ja, sorry. Dann müssen wir es jetzt fahren. 31,5 Kilometer Sunset Race A. Gefühlt das 50. So, versuchen wir es nochmal. Das Wichtigste ist, dass wir verhindern müssen, dass die ersten drei da vorne wegknallen. Das ist das Problem. Weil es ist jetzt einmal mehrmals passiert, dass wir da echt Probleme hatten. Aber das ist das letzte Rennen auf jeden Fall für heute, das ich euch jetzt zeigen werde. Ich hoffe nur, dass es diesmal ist packen. Erster werden wir wahrscheinlich nicht, aber gucken wir einfach mal. Der erste Versuch war... Wir haben vier Versuche wieder durch, fünfter Versuch ist jetzt. Was wollen denn, dass die alle die Mega-Karren haben und ich komme mit dem Porsche auch nicht? D�� auf die Ditzel Dampf So, den Skyline haben wir schon mal gesehen. Momentan sind wir auf 3. So, von mir kann der Prenzl jetzt sehen, Micky. Hau ab, 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 Micky. Ja, das Gute ist, diesmal kann ich ein bisschen mithalten. Ja, das Gute ist, das Gute ist. Ja, das Gute ist, das Gute ist. Ja! Ich hab's geschafft, ich hab das 30 Kilometer auf Gold gefahren. Boah, war das knapp, ey. Gut, dass ich das Nitro-Loch hatte am Ende. Ich hatte nicht immer damit gerechnet, dass ich den noch kriege. Weil ich glaube, ich bin immer die Linie... Hä? Ist das auch selber? Moment. Weil der mir gerade auf Gold gezogen hat. Die Frage ist, hab ich das jetzt auf Gold gefahren oder hab ich das Ding jetzt auf Silber gefahren? Zweiter geworden. Ja, schade. Es hat wirklich so Mini-Mü... Er hat Mühe nicht gerettet. Aber es reicht mir. Ist egal. Hauptsache, wir haben's geschafft. Ich dachte mir, ah, den kriegst du vielleicht noch mit dem Nitro. Ich bin ein bisschen an die Wand gekommen an der Seite. Deswegen bin ich da... Deswegen hab ich ein bisschen Speed verloren, sonst hätte ich wahrscheinlich sogar noch Erster geworden. Okay, nächster Autos muss der Lager-LP 640-4 Superbelotte, der uns jetzt gehört. Aber wichtig ist, dass ich dieses Rennen jetzt heute geschafft hab. Wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Cops. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.